Der ist ja glaube ich fast eingebrochen. Also da weiß ich jetzt, dass es da immer diese Bonus-Dinger gibt. Und da darf ich vielleicht nicht fast die ganze Zeit löstlich spüllen. Oh ja, was kommt da wohl? Ich habe Angst. Guck mal, ob sie jetzt schon diese Dinger zähmen kann. Nein, die noch nicht, bisher nur die Wölfe. Ja, aber vielleicht hat sie das dazu bekommen, als du zu eigen was, um danach zu gucken. Ja, ich glaube gar nicht. Aber ist uns sowieso egal, du musst uns sowieso jetzt gar nicht drüber hütteln. Ja, aber dann kann sie da drauf reiten. Ah, doch. Kannst du schon. Ah, ein bisschen zu spät, ne? Ja, egal, du musst uns sowieso drüber hütteln, wie gesagt. Achso, der Biber muss ja erstmal... Ja. Ja, deswegen muss das Ding nämlich getötet werden. Da ist der Biber. Dann, äh, muss... Ich muss hier nachkommen, ich weiß. Ah, und dann kommt Susan nämlich automatisch nach. Ey, Susan kommt automatisch, ich wollt grad sagen, bleib da stehen, Susan kommt automatisch nach, dann musst du auf Susan wechseln. Ah, das ist gut. Hä? Das ist doch das... Die laufen auch noch alle Pita nach. Aber ist uns egal, wir sind sowieso drüber. Warte mal. Ich dachte, hier kommen so viele Dinger. Genau. Nö. Hm. Nö. Ich dachte, das war ja nicht so, oder ist ja nicht so. Ich freu mich hier noch auf den Kampf, ey. Das hier ist alles Müll. So Müll ist das gar nicht. Naja, es geht, ne? Das schlägt immer noch so dünn. Da. Oder doch nicht. Oh Gott. Nie mal einschläfern, die Dinger. Jetzt schiebt wieder so ein Biber. Und ich kann nicht wechseln, ich muss nachrennen. Wenn ich wechsel, dann wechsel ich. Nein, du sollst auch gar nicht wechseln. Ja, was hast du denn vorhin gesagt? Dass du, äh... Wartensatz bis Susan da drüben ist, und dann kannst du auch Susan wechseln. Ja, die Leute wollen den Pita nach, nicht dir. Das ist das Problem, ja. Warte mal. Siehst du? Oh ja. Vorhin war ich ein bisschen ungeschickt. Ich kann nicht jetzt... Klasse. Aber ich war ja schon da. Ja, wir waren vorhin auch schon da. Ja. Bei der Checkpoint-Steuerrechnung. Das ist aber assi. Jetzt muss ich die ganzen Statuen da oben freischalten. Ja. Da, da gibt's jetzt. Einen. Oh Gott. Ich werde hier die ganze Zeit angeklaufen. Oh, jetzt kommen schon die Krieger. Ist ja geil. Oh, ich werde die ganze Zeit angegriffen. Sorry, ich versuch die ja leider schon vor der Letzen halten, aber es geht doch. Ich werde hier ein bisschen am Rand dran, um dran langlaufen. Ich mach mal den Zweck da oben kaputt. Ja. Ich muss erst mal da rumlaufen, weil die Dinger sind mal da. Erstens auch vorn, da die ganze... Und vielleicht ist das auch gar nicht bei dir. Oder nicht nur bei dir. Die zeigen ja immer denen an, wo das... Ich will nicht nachladen. Oh. Mühle trotzdem und so. Fortsetzen. Wow. Das war jetzt hart. Rein mit euch! Und Susan sieht immer so aus, als ob sie so fetten Lippenstift drauf hat. Tja, hat sie sicher auch. In Wirklichkeit, ja. Der Weihnachtsmann. Fröhliche Weihnachten. War da gerade ein Plüschhund? Ich glaub ja. Ein Plüschhund. Feuerblume. Heilt jegliche von... Susan. Wenn du diese hier spielst, dann Althilfe herbei. Wo immer du auch bist. Ich hab schon eine Flöte. Danke. Ja, jetzt höre ich sie noch eine. Die licht damit. Das Schwert. Jetzt hast du ein dauerhaftes Schwert. Und ein Schild. Ja, das Schild kannst du ja nicht irgendwie... Jaaaah. Warum nicht? Das ist doch geil. Das Schleuer. Das ist so ein Gegenzug. Ja, genau. Wie bei Zelda mit dem Boomerang, ne. Von Ding. Und fröhliche Weihnachtsmann. Und fröhliche Weihnachtsmann. Ja, Weihnachtsmann. Fröhliche Weihnachtsmann. Danke, Sir. Danke, Sir. Gott, das will... Mal gucken. Wie bei баз müssen wir denn values? Wie bei? Das war gut. Dann haben wir nicht alle. Da fehlen 3. Wir haben mit Coco ausgezeichnet. Wollen brauchen wir 100iseiten? Warum kriegen wir jetzt aber auch mal so gut ID견? Ne, weiß es nicht. Das wird eigentlich gar nicht so gut, finde ich. Nee, ich auch nicht. Was? Ach, weil ich zweimal reingefallen bin. Ach so. Deswegen haben wir auch immer alles sehr gut bekommen. Ja, weil wir so wenig gestorben sind. Noch irgendwas? Siehe nicht so aus, oder? Nö. Okay. Diesmal habe ich nicht gerückt.